Es ist kurz vorm Wochenende und der DAX gibt uns ein schönes Geschenk mit auf dem Weg. Zumindest mal das, was wir aktuell hier sehen, wenn wir mal auf den DAX Future sogar gucken. Man sieht hier sogar im kleineren Bereich noch mal ein bisschen mehr Details. Schaut euch das mal an, von diesem Tief, von diesem Tief hier unten, also auf der Unterseite dieser Abwärtsbewegung, haben wir eine schöne fünffällige Aufwärtsbewegung intern. Danach wackele ich runter. Schaut es euch gleich noch mal ohne mein Geschmierer an. Dann hier noch mal und noch mal runter und noch mal wieder. 1, 2, 3, 4, 5. Also wir haben eine wunderschöne Aufwärtsbewegung, die nahezu, man kann sagen, perfekt ist. Ich mache es noch mal genau. 1, 2, 3, 4, 5. Dann hier diese Wackelei. 1, 2, 3, 4, 5. Dann hier die Wackelei und noch mal 1, 2, 3, 4, 5. Also ihr seht, ich habe es jetzt blöd gezeichnet, aber fünf fällig im Großen, fünf fällig im Kleinen, in den Einzelbereichen. Jetzt bräuchten wir eigentlich nur einen Rücksetzer. Wie groß muss der Rücksetzer idealerweise aussehen? Die meisten von euch können es ja schon mitsingen. Zeichnet einmal mal Fibo rein und habt eine ungefähre Idee, wie das ganze Ding aussehen soll. Nämlich eine Bewegung, die runtergeht in die klassische Zone 38 bis 61. Idealerweise nicht zu schnell. Gut, das wird ihm wohl nicht mehr gelingen. Selbst wenn er senkrecht ist, sind wir außerhalb der Linie. Das ist immer ein ganz gutes Zeichen. Das heißt, dass die Korrektur nicht zu schnell ist. Ja, das ist die nächste Hausaufgabe. Komm mal runter. Zum Beispiel auf diese Art und Weise. Das muss nicht so sein. So Nähe 38. Er muss sie nicht exakt erreichen, aber in die Nähe wäre schon cool. Darf auch ein bisschen tiefer sein. Nicht deutlich unter der 61, 8. Und wie gesagt, möglichst korrektiv. Dann haben wir ein gutes Zeichen, dass die Aufwärtsbewegung fünffällig hoch ist, wackele ich runter und anschließend geht es weiter. Das sieht hervorragend aus. Ich vermute, der Teil wird wohl erst was nach dem Wochenende werden. Lassen wir uns mal überraschen. Das wäre ja super. Wenn wir das bekämen, hätten wir nämlich die wunderschöne Abwechslung, wie wir sie ja immer wieder haben. Dass wir irgendwo mal eine starke Abwärtsbewegung, in dem Fall wackele ich in die andere und eine Fortsetzung. Hier in dem Fall halt nach oben, weil auf der bullischen Seite. Gute Aussichten, also vorläufig für den DAX. Und manch einer erinnert sich, wir haben doch gesagt hier, diese Zone ist eine Unterstützungszone. Das ist nicht eine Garantie, dass der Kurs an der Stelle abprallt. Es ist aber eine gute Chance, dass er das tut. Das hat sich ja nun tatsächlich bestätigt. Einige, die auf Kerzenmuster achten beispielsweise, wo haben wir sie? Hier, der hat auch den Hammer gesehen. Auch darüber hatten wir ja gelegentlich gesprochen. Das ist ein typisches Wendesignal. Also sprach einiges dafür. Wer das verpasst hat hier, war auch blöd jetzt beim Index zumindest mal mit dem Gap. Aber wer das verpasst hat, der hat jetzt die nächste Chance, wenn es hier wackelig eben runter geht, dass wir dann in die nächste Aufwärtsrichtung gehen. Also nicht die schlechteste Voraussetzung, zumindest mal vorläufig, was den DAX angeht. Aber der DAX ist ja nicht allein auf der Welt. Wir haben die Amerikaner. Und bevor wir da wirklich hingucken, schauen wir auf die wohl wichtigsten Daten des Nachmittags, nämlich die US-Arbeitsmarktdaten. Manch einer hat sich die Augen gerieben. Ich hatte das vorhin zumindest mal im Born for Trading schon mal angekündigt. Wer da mit dabei ist, der kennt das ja schon, dass das ja eine Woche später ist, wenn es am ersten, wenn der erste Freitag im Monat der allererste Tag des Monats ist. Wir haben also heute den zweiten Freitag, aber quasi dann entsprechend passend. Es bleibt natürlich weiter bei der generellen Regel am ersten Freitag im Monat, solange es halt nicht der erste ist. Aber Arbeitsmarkter, wir haben heute aus Amerika die Non-Farm-Payrolls bekommen. Die sind gar nicht so toll ausgefallen, wie es erwartet wurde. Also nicht so viele neue Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft. Aber die Unemployment-Rate, die ist offensichtlich nach Angaben hier gesunken. Wie geht denn das? Deutlich mehr gesunken als erwartet. Also eine Senkung war durchaus erwartet. Aber das bei weniger neuen Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft. Naja, waren wohl alle offensichtlich bei den Farmunternehmen unterwegs? Na, lassen wir das mal so stehen. Über den Wahrheitsgehalt dieser Geschichte kann man sich eh immer wieder Gedanken machen. Es wird als eine der wichtigsten Nachrichten im Monat immer wieder gebracht. Auf der anderen Seite wissen wir, dass das Ganze über eine Telefonumfrage stattfindet. Na gut, da sind wohl doch die Weekly, die Initial Claims, Jobless Claims noch relevanter wahrscheinlich. Aber trotzdem, der Markt nimmt diese als wichtig normalerweise an. Und wir sehen eben, dass die Arbeitslosenquote sinkt. Das ist ein gutes Zeichen. Und das, obwohl wir sogar weniger neue Jobs haben als vorher. Was gestiegen ist, ist der Preis. Er ist allerdings so gestiegen, wie es ungefähr erwartet wurde auf Jahressicht. Im Monatsvergleich ist es 0,6 gestiegen nach 0,4. Also durchaus eine Verteuerung der Arbeit. Das muss man ganz klar sagen. Und wir wissen, dass Inflation ja ein wichtiges Thema ist. So. Und nun? Was bedeutet das jetzt konkret? Ist das jetzt ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen für die Märkte? Na ja, gucken wir uns mal an, was die Leute beim Dow gemacht haben da draus. Die standen genauso wahrscheinlich daneben und haben gesagt, also wenn wir ehrlich sind, haben wir keine Ahnung. Hier ist das Gewackel losgegangen, 14,30. Hier sehen wir das. Aber so richtig schlau wird daraus niemand. Die Marktteilnehmer haben gesagt, ja, ich mag mich nicht festlegen. Ist das ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen? Offensichtlich hat es der Markt erst mal verpuffen lassen. Trotzdem eine insgesamt nicht so schlechte Nachricht. Denn wir sind ja von hier oben ausgehend von da definitiv in einem Abwärtsmarkt. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Abwärts ist es nun mal. Aber wenn ich mir diese Abwärtsbewegung mal angucke, habe ich ein wenig den Eindruck, dass das nicht eine Haupttrendrichtung ist. Warum denke ich das? Weil sie entweder dreiwellig oder eben irgendwie mehrfach wackeln mit vielen Kursüberschneidungen ist. Und wer der Sache nicht traut, meiner Formulierung, nachvollziehbar trau niemanden ohne Haare, trotz alledem schaut euch diese Bewegung an und vergleicht die mit dieser Bewegung. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Manch einer macht das so mit den Fünferzahlen. Wer jetzt sagt, ach Gott, du mit einer Fünferzählerei, das glaubt doch kein Mensch, dass das eine Ursache hat oder irgendeinen Grund hat, dass das sinnvoll ist. Hier hatten wir eine Pause und hier hatten wir eine Pause. Diese beiden Pausen sind weit voneinander entfernt. Das heißt, dass diese Richtung sehr stark ist. Vergleicht sie mit dieser Bewegung, da werdet ihr wohl sagen, ja, es ist abwärts. Aber es ist nicht die starke Richtung. Ich würde mich nicht wundern, wenn der Markt im Anschluss sogar noch mal nach oben geht. Eine Möglichkeit dafür wäre, dass man sagt, man nimmt zwischenhochs, vielleicht dieses hoch, vielleicht dieses hoch für einen Long-Entry. Ob man das im Fünf-Minuten-Chart übers Wochenende halten will, das ist ein bisschen Geschmackssache. Man kann natürlich auch eine Nummer größer gucken. Da sieht es auch immerhin wackeliger aus. Oder 15-Minuten-Chart, da ist das Grundbild natürlich genau das gleiche. Also da ist kein Riesenunterschied. Es spricht zumindest dafür, dass das noch nicht das Ende der Aufwärtsbewegung ist. Denn das ist typischerweise nicht der Anfang für eine Abwärtsbewegung, sondern es sieht eben korrektiv aus. Und das lässt vermuten, dass zumindest ein bisschen Restschwung nach oben noch da ist. Wir werden noch abwarten müssen, ob es noch ein bisschen tiefer geht. Das kann man auch hier natürlich mit Fibonacci ein bisschen abschätzen. Ich mag es ja immer gerne, wenn wir zumindest in die Nähe der 38er Marke kommen. Ja, ein bisschen mehr wäre schon noch cool. Auch dieses hier, häufig geht es auf die letzte Korrektur noch mal zurück. 38, das ist häufig so ein bisschen im Einklang. Ja, wenn wir Glück haben, wackelt er noch ein bisschen tiefer und dann können wir sagen, ja, touché, das ist korrektiv. Ab jetzt gehen wir dann long zum Beispiel dann hier und versuchen den nächsten Aufwärtsschub dann mitzunehmen. Vielleicht ja noch vor dem Wochenende. Vielleicht müssen wir für den nächsten Schub auch auf nach dem Wochenende, auf die Zeit nach dem Wochenende warten. Wenn er allerdings nicht triggert, sondern wenn er jetzt sagt, Pustekuchen, wir gehen jetzt nach unten weg, ja dann ist natürlich nicht long angesagt, aber dann ist man ja auch nicht getriggert worden. Das ist die Aufgabe. Viele sagen, ja, aber dann ist es ja klar, wenn es nach unten geht. Ja, und deshalb ist der Grund, dass man eben sagt, ich gehe nicht blindlings in den Markt, sondern immer erst dann, wenn der Markt eine solche Marke zum Beispiel überschießt, dann wird da vielleicht was draus. Solange das vorher nicht passiert, dann eben nicht. Im Zweifelsfall könnt ihr euch orientieren, wo waren so die Zwischentiefs hier und dann nehmt ihr die Hochs dazwischen. Je nachdem, da kann man sich dann noch drüber streiten, ob es dieser, dieser oder jener Punkt sein soll. Aber ich glaube, ihr versteht die Grundlage, die dahinter, die dahinter steckt. So, jetzt ist die Welt ja nicht nur aus dem DAX und dem DAO bestehen, sondern wir haben auch noch den S&P 500. Auch hier muss man sagen, dass die Abwärtsseite zumindest noch nicht so richtig den, die Dynamik hier nach unten erkannt hat. Etwas anders allerdings als beim DAO ist der Teil schon ziemlich stark. Wenn das jetzt hier die wackelige Korrektur ist, kann ich mir sogar auch vorstellen, dass wir das bekommen. Allerdings macht das noch nicht das Bild generell kaputt. Da kommen wieder die FIBO-Freunde. Ich habe es nicht ganz passend unten gezeichnet, es kommt aber nicht auf Millimeter an. Ja, ist doch genau das, was wir wollen. Schub hoch, A, B, C und dann hier hoch. Trigger wäre hier für eine Fortsetzung nochmal nach oben. Ja, also das Grobbild ist hier genau das Gleiche. Wir sind noch nicht jetzt in diesem Moment unbedingt auf der super starken bullischen Seite, aber wir können auch sagen, dass das nicht aktuell aussieht nach der großen Liebe für die bärische Seite. Das müsste er schon nochmal beweisen, wie durch scharfe Abwärtsbewegungen und wackelige Aufwärtsbewegungen. Dann kann sich das Bild drehen, aber so auf diese Art und Weise würde ich sagen, vielleicht eine kleine Korrektur. Das kann dann hier im Großen vielleicht auch dann zu sowas ausarten und danach die Fortsetzung nach oben, die vielleicht ja dann sogar schon weiterführt, aber zumindest den einen Arm erst nochmal. Wir erinnern uns, dass mindestens nach einer Aufwärtsbewegung nochmal eine zweite in dem Sinne folgt. Also zumindest nochmal so ein bisschen Fortsetzung hoch wäre schon nicht schlecht. So weit, so gut das erstmal. Details werden wir dann sehen, wie sich das hier rausgibt. Ihr habt zumindest mal für heute eine Idee, wie ihr damit umgeht. Wir werden uns wahrscheinlich bald wieder sehen, entweder in den Märkten. Ich würde mich freuen, wenn ihr selber ein bisschen drauf guckt. Vielleicht seid ihr auch schon bei Born for Trading mit dabei, dann da natürlich auch in dem Sinne gerne. Meldet euch an, ihr könnt es ja auch kostenlos mal ausprobieren. Dann habt ihr viele Informationen, viele Ideen, Approved Setups, die wir auch für uns immer wieder durchziehen, wo wir sagen, das ist für uns völlig in Ordnung, die setzen wir selber an. Es ist ein Kannangebot, man kann ja mal schauen, wohin das Ganze führt. So, in diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.